Euro 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 so ein Minidor und so viel hier und wie findet ihr überhaupt mein Kraft das war auch mal so eine Frage ich glaube das ist das Spiel der Generation ob die jetzt noch hier irgendwo äh hast du noch ein Feld übrig was du noch nicht zerstört hast ja, ist es noch ein Feld ja, wo ich springe äh lass mal eins hier schon oder nee, 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 nee die Pflanzzucker brauchen so ja auch sehr interessant über die Jahrzehnte ja zumindest nützlich so jetzt möchte ich auch mal ein richtiges Gesprächsthema ich bin es besser wenn wir in den Kommentaren mal schreiben, was wir ansprechen sollen wir reden ja eigentlich die ganze Zeit jetzt hier über mein Job, da kann ja auch mal was man kann ja auch mal was, ja, man kann natürlich auch mal was man kann auch mal über etwas anders reden, genau ähm, haben wir noch vieles? ja, 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 irgendwo muss ich für mich gehabt haben Leute, hast du hier was angepflanzt? oh, ne ey, das war ich, das war ich das war eigentlich so, ich hab' ich auch jetzt gewonnen, warum ich mich zu weg und wie und hat man ja mehr Glück bis zu bekommen aus mir auch gefallen als man mit Schaufel ist mir auch gefallen ein Flint jetzt können wir uns ein Verzweißer machen er sagt er muss machen ach so ja das kann man auch damit machen so ich hab die Pferde jetzt gestampft wer ist denn da runtergetan? ich ich hab ganz viel Flints wenn man wohl hat so was von dir gehört ich hab einen ich hab einen ich hab einen im ersten Versuch beim letzten ich hab nur so quer irgendwie einsetzen ah Flint ich hab mal 2 Flints 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 ähm ich hab letztens 4 Flints weiter weiß ich jetzt eigentlich nicht was wir machen sollen John wo haben wir bauen? ich hab mal 2 Flints ich hab jetzt Tier auf der Welt ich hab jetzt Tier auf der Welt ich hab jetzt Tier auf der Welt Hallo das macht gesessen ich hab jetzt eine und was essen wir denn jetzt ich erst mal neuer du warum auch mal was richtiges zu essen warum will warum will das das aber nicht 2 für mich in die woche ich will alles zwei nebeneinander schafft zwei nebeneinander den drei nebeneinander nee das ganze feld voll ich habe es ich habe so wie ein zauberhaltes glas so dass ich nicht aufnehmen weil bei mir wäre es jetzt ziemlich lang weil ich brauche neun stück oder sonst mit 6 6 stück ach lass schon lass schon wir haben nichts zu machen über eine glas schwein und es geht fernst fernst m noch kurz ein paar 2 2 so dass ich glaube das war es auch jetzt wieder zu machen sollen und ihr könnt ja dann einfach eine kommentare schreiben was sie haben wohl das ist jetzt obwohl erst so der siebte achte partner ist jetzt also für euch ist das jetzt der siebte achte neunte part oder so sagen wir schaffen das ist der siebte achten und karten ist es sein manchmal der erste ist geladen also sieht man dass wir am vorrang produzieren ja und naja schon leute bis zum nächsten fahrt noch gut tschüss